Musik Crawling in my skin, crawling in my skin Musik Okay, wann genau schockt der mich, wenn ich oben drauf drücke? HAAA Musik Musik Ich jetzt, ufff, ufff, das war jetzt aber heute mal wieder Musik 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 Okay, Boden ist Lava-Challenge und geteilte Herzen, let's go Und wir dürfen heilen Ja, Ultra-Hardcore, alright, Banco, Regi, kannst du das kurz anmachen, das wäre super So, Jungs, ihr seid aber ready, ja? Yes, Sir Alright, ihr wisst aber, worauf ihr euch auch einlasst, ne? Äh, ja, das wird easy Drei, zwei, eins, los Ich habe auch auf gar keinen Fall schon vorher angefangen Oh, fuck Oh, ja, moin, same Ich habe, ihr wolltet, ihr wolltet das auch haben Kevin wollte das, Smiley Wenn wir verkacken, ist klar schon Wie bauen wir denn dann irgendwas ab? Müssen wir dann um Baum rennen? Wenn du Slaps auf Slaps stehst, bist du safe Wie bauen wir denn überhaupt irgendwas ab, dass wir Slaps kriegen? Du musst am Anfang neben einem Baum stehen Und ihr müsst gesneakt sein, weil dieser Magma-Block, der macht dir keinen Schaden, wenn du gesneakt bist Wenn du nicht sneaken würdest, kriegst du auf dem Magma-Block Schaden Oh, Bogen wäre halt nice für Dings Ja, den kriegen wir alles, das kriegen wir alles hin Also, das kommt Warte, und wenn ich jetzt, warte, wenn ich jetzt aufstehe, dann kriege ich Schaden Also, ich kann's nicht, ich kann's nicht, warte, ich mach mal ganz kurz Ah! Sorry, das war ich, war ich kurz Oh Gott Einmal mit guten Teammates, Bro Alter, der ganze Waldbrenn Oh, Mistlik Ah, fuck! Hat jemand noch ein Boot gemacht, zufälligerweise? Ein Boot hat ja auch erst passiert Ähm, warte, ich mach kurz eins Für bei dir, Basti Fühlt sich wohl, wenn ich mit meinen starken Armen hier rutschwinge Okay, bin drin, bin drin, jetzt da Man darf aber nichts berühren, ne? Also, beim Schiff jetzt auch, unter sich Ja, zum Beispiel, also, ich kann's ja mal ganz kurz probieren, vielleicht geht's auch gar nicht Okay Aber eigentlich sollte es gehen, dass du, ähm Wenn du aufpasst und den Boot nicht berührst, dann geht's klar Und jetzt hab ich zum Beispiel elf Eisen, zwei Emeralds angeholt Und wir suchen wieder ein Dorf, ne? Ja, ein Dorf ist ganz wichtig Generell sollten wir, wir sollten auf jeden Fall mit Slabs arbeiten Also, wir können ja jetzt schon auf jeden Fall ein paar Holzslabs machen Auf denen werden wir erstmal sicher, dass wir uns mehr oder weniger so im Dorf zum Beispiel einen kleinen Haupt Kann ich Holzslabs im Inventar machen? Ne, ne? Ne Soll ich wieder looten? Dann hol ich wieder ein bisschen Oder unten ist so eine geheime Festung? Ja, das sind nur so ein paar Zombie-Arzen, die da ein bisschen Aufmerksamkeit wollen Gibt's Unterwasser-Zombies? Zombies, so ein Weird-Champ Die kamen in 1.13 Warte, 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 warte Oh, hier brennt's Ganz komisch in der Challenge, in der es darum geht, dass der Boden aus Lava besteht Wir suchen ein Dorf und einfach die Beine in die Hand nehmen, alright? Ich find's auch gut, dass wir das immer auch sehen, ne? Wer welchen Schaden bekommt, das ist eine ganz praktische Ah Mhm, aha Sorry, Boy Also So eine Challenge für dich, Kevin Jetzt wird's auch eklig, Karl, du musst jetzt ein bisschen warten Wenn ich jetzt in den Berg hochgehe, musst du dich gedulden, weil jetzt kommt erstmal eine Lava runter Ja, ich schwimm Ich sehe jemanden von euch zurück langgelaufen, weil hier ist tons of Lava, Alter Das würde wahrscheinlich, das klingt nach uns Das war Hero Brian Oh, Bro, 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 äh, Freunde Oh Gott, oh Gott, Smart Outplay Oh, nevermind Ey, wenn ich ein Hühnchen abfacke, krieg ich dann, äh, gebratenes Fleisch? Ja, sehr wahrscheinlich, es sei denn, du ertränkst es in Lava Jungs, das war meine Schuld, es tut mir leid Oh mein Gott, Basti, holy shit Kevin, ich hab's letztens geschafft, einen Sapling und einen Apfel gleichzeitig aus einem Blatt zu bekommen Wow Krass, oder? Ich kann nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin, Basti Ja, das ist sehr impressive Oh, fuck Fuck, ey Ich bin, by the way, auch sehr stolz auf euch, Jungs Anderthalb Herzen, wir sind mehr oder weniger ein bisschen warm Bro, die Challenge bockt, Alter Oh Gott, oh Gott, Basti Äh, ich will nicht sterben, ich will nicht der Typ sein, der hier deswegen stirbt Wir sterben wegen mir Wenn einer stirbt, dann sterben wir alle, weil wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, wir sind Gleich sehr sauer, wenn Kevin stirbt Äh, Mops kommen jetzt auch gleich, ne? Fuck, wir haben ein halbes Herz, falls es euch nicht aufgefallen ist Halbes Herz aktuell Ja, ja, ist mir aufgefallen, by the way Ganz kurz, können wir alle irgendwie versuchen, erstmal sicher zu bleiben? Ja Ja, ich bin sicher Same Halbwegs Ja gut, ich laufe einfach mal los, Jungs Wenn ich jetzt sterbe Wenn ich jetzt das letzte halbe Herz verliere, dann dürft ihr nicht sagen, dass ich schuld bin, okay? Machen wir mal Oh, fuck Oh, bro, hier sind Skellos Skellos Bro, 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 bro Hier sind überall Skelette und so Same Basti Ja, wir Hilfe Ja, ich warte doch nur auf die Sekunde, dass gleich einer stirbt Und dann werden wir eh gleich ein Reset haben Hä, wir sterben nicht, wir schaffen die Runde Ja, das sieht gut aus Das sieht sehr gut aus, sogar die Runde Bro, wir sind fünf Minuten in Der hat einen Schock Basti ist gestorben, dude, oh my god Schnellig, wo du spielst, jeden Tag acht Stunden Minecraft in Schock Bei so einer billigen Challenge, dude Einfachen Challenge, so viel Schaden Warte mal Wir spielen die ganze Zeit nur Valorant und wir schaffen das trotzdem Und wer stirbt? Basti Das ist wahrscheinlich wahr, oder? Junge, was ist denn da? Also wie viele Runden Valorant habt ihr heute verloren, dass ihr beide so gemein seid? Ohne Mist, ihr müsst ihr gefühlt alles verloren haben, Junge Ne, ne, ne Kevin ist toxic Kevin ist toxic Ist das überhaupt realistisch, dass wir das jemals schaffen? Ja, ja Ja? Ja? Ja, Bruder Okay, okay Und drei, zwei, eins, go Wir gehen Richtung Norden Lass uns zusammengehen, oder? Ja, lass uns zusammenbleiben Freunde, was habt ihr davon, wenn wir nach Minecraft alle zusammen in der Escape Room spielen? Wäre ich dafür tatsächlich? Äh, der Wasserstrom ist gerade... Warte mal Warte, kannst du links abbauen? Das war's wert, zwei Herzen für den Depp investiert Das ist not worth, alright? Das ist not fucking worth, dude Ey, brauchen wir Kürbis nicht? Hier ist ein Kürbis Ja, werden wir irgendwann in Richtung N kommen, ja, aber... Wir können da auch erstmal bleiben Ach, Kevin Hab einen Kürbis? Ja, generell, das würde ich sagen, Jungs Ihr müsst... Oh, Pit, Pitwald, Jungs, Pit, Zauberwald Ja, ja Ja, hol mal diese weißen... Haben wir hier diese weißen... Ja, ich hab schon ein paar Oxys geholt Jungs, jetzt erstmal geht's darum Ihr fangt jetzt erstmal an, euch Slaps zu machen Ihr holt euch jetzt einfach immer mehr und mehr Slaps Warte, soll ich zu dir für die Slaps? Ja, dann kannst du hier erstmal sicher stehen Oh, ja, mhm Oh mein Gott, ich wollte dich basen, sorry Warte, ich... Ja, das ist gut Ich heal uns, ich heal uns Ich bin... Ey, die Carry... Hast du schon, hast du schon... Oh, sorry, sorry Können die Slaps brennen? Ja, nee Oh nein, das Crafty Table wozu einem Feuerblock Ja, sie können brennen Ich hol uns Steintools, Jungs Sehr gut Können wir euch auch welche machen? Ja, das wäre... Oh ja, bitte, bitte, bitte Das wäre sehr juicy, wenn wir das sind Braucht ihr Pickaxe und... Alles, alles, Bro, alles Mach rund um ein Versorgungspaket Wie willst du das anstellen, Kevin? Also, nimm mal so als Frage Wie ich was anstellen will? Hast du so eine offene Stelle, wo du... Steine holen kannst Trash So schlecht Es hat gelaggt, Jungs Oha Wir sind mitten im Dorf gespawnt Ja, Papa Dann dürfen wir nicht choken Und nicht den Lebensraum der Villager kaputt machen, okay? Dann lass uns das in den Wald gehen Da sind noch Pilze Pilze Braune Pilze Brote Pilze Also, wir machen uns mehr wie eine Hauptstraße aus Slaps Alright? Okay, okay, Papa Es geht los in 3 2 2 1 Los Viel Erfolg und viel Spaß Bei der Minecraft Challenge Trash-Antis Ey, ich hab 54 Slaps, ich geh ins Dorf, okay? Ja, dann mach du eine schöne Handelsstraße Und dann sag mal den Villagern Hallo Ohne sie zu töten Und direkt die Pest und komplett Oh, fuck Wenn man die schlägt, dann... Oh, mein Gott Wie? Wie? Du... Du Hund Du Hund Du sagst es gerade so wie Ich muss die ganze Zeit an der Patsche denken Dieses Du Bastard Oh nein Du kennst Mannheim nicht Wait, der kommt sogar aus deiner Hometown, oder? Oder in der Nähe von dir? Junge, ich wohne doch nicht in fucking Mannheim Alter, wer wohnt denn in Mannheim? Ist Mannheim so scheiße? Er ist Schmutz Nee, Mannheim ist doch cool, oder? Ja, Mannheim ist besser als Offenbach Ähm, das Dorf brennt, by the way Egal Wir müssen einfach gucken Ja, weil, ey, ey, ey Zu meiner Verteidigung Wenn ich auf einem Slap stehe Und ich geh ein Stück weiter nach vorne Dann geht der Block unter mir Und wird zu Lava Ja, das ist halt Deswegen, du musst halt auf dem Slap stehen bleiben Und es muss halt direkt vor dir Wieder ein neuer Slap geplaced werden Ey, ich hab'n, ich hab'n, ich hab'n Kürbis Junge Vielleicht auf uns alle Zwei, zwei Ja, krank, Kevin Du hypst so eine Sache Das ist so Bruder, das werden wir halt gefühlt in fünf Stunden brauchen Wir haben Schaden Wir haben Schaden bekommen, eventuell Sorry Ja, aber wir haben Kürbisse, Jungs Wir haben Kürbisse Basti, hast du ein paar Oxys? Nein, immer noch nicht Ich hab eigentlich nur Ich farme schon jetzt Ich hol Oxys Ich sehe welche Jungs, einfach keinen Schaden bekommen Wir kriegen gleich Essen Äh, ich, ich steh' hier Ich steh' hier auf meinem Slap Kevin, ich warne dich Ich fahr' nach Berlin Real Talk Also Jungs Ich hab Oxys vor mir Und ne Menge, Menge Pilze auch rein Theoretisch vor mir Es geht jetzt nur noch darum Es geht nur darum Jetzt nicht zu sterben Wir können das noch Ich hau' hier ab Ich hau' hier ab Wir haben einen Dorfspawn Ich geh' ins Wasser Ich geh' ins Wasser Karl, denk an den Dorfspawn Oder die passen sonst dauer Slaps sind natürlich kein Also Holz Basti, guck mal hier Hier bin ich Holz Guck Du hast es auch gemacht Da Ja Ja, 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 ja Slaps funktionieren auch nicht perfekt Aber deswegen wollen wir auch später Cobbidstone Slaps anhaben Alles wird zu Lava unter dir Alles Da, alles Der Block unter mir wird halt Zu Lava Lass uns einfach neu starten Ja, sieht ja relativ chillig aus bei dir, Kevin Also hast du ja alles Es war, es war schwierig Ich hab versucht für die Wie viele Herzen hast du verloren, Kevin? Wie viele Herzen hast du verloren? Mann, Bro Vielleicht sieben oder so Beachtlich, neuflich, alle? Hm, ich weiß auch nicht Warte, hier brennt die, wenn du ein bisschen hast Äh, Bomben Äh, soll ich ein Crafting-Table für uns machen? Oh ja, wer will Also ihr habt da, ihr habt alles unter Kontrolle Ihr habt Lass mal jetzt richtig tryharden, Jungs Ja, ja, wir schaffen Ja, ja, okay Okay Meinetwegen, Jungs Nee, aber ich bin eigentlich, also for real Falls, also ich wäre auch noch down nachher, um noch was anderes zu machen Also wir können meinetwegen auch Ja, Shane Rocket League, also Karl und ich sind am Rocket League rein Ja, Rocket League, ey, ich liebe das Ey, als ob ihr so Bock habt auf Rocket League Junge, das ist so geil Du hast Bock auf gar nichts, Kevin Ja Du hast Bock auf sterben Ich merk's Okay Chill Fop 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 Digga, bist du im Reelaf hingefallen? Oder stießt du? Sorry Digga, bist du irgendwie weggerutscht? Oder was machst du denn? Spielst du grad Tennis oder was? Oder wer bist du? Einfach weggerutscht Weil der hört einfach so Fuck, 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 Jungs Mein Schuh ist offen Jungs, ich hab mit einer Hand gespielt und auf einmal war ich an dem Punkt, wo ich stuck war Alter, du hast doch gesagt, okay, wir spielen jetzt richtig ernst Ja, Mann, Bro Soll ich verdorsten? Ja, Junge, Alter, löscht dich Hä? Kevin, Kevin, ich fahr jetzt nach Berlin Ich fahr jetzt nach Berlin Ich kauf das Ticket Ich kauf das Ticket Ich fahr nach Berlin, ich schlag dich Ich schlag dich Ich hab keinen Fallschaden genommen Mh, sure, Buddy Jungs, was macht ihr mit Essen? Wie kommt ihr an Essen? Keine Ahnung, ich bin hier bei Basti und ich bin auf seiner Stein Slap An Slaps einfach so ran Okay, Jungs, ist das Choking Basti Oh mein Gott, Basti, Bro Basti, Bro, was ist das? Oh du Basti, was ist das? Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hab weiter Real talk Was so weitergeht Ihr genießt das richtig, ne? So, Karl, guck mir zu, dass ich Essen für uns ranhole So, hol mal, hol mal Ich muss hier Ja, du bist, du bist, du bist mein großer Bruder, Basti Oh, 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 oh Oh mein Gott Okay, ich hab nichts verloren Ich hab noch nichts verloren Okay, we did it, chat Und die Kuh brennt, Pfeifen Leute, ich möchte den Clip Hugo riecht gerne an seinen Eiern nicht angucken Du Ne Real talk ist so ein Bug Banco No, Joe, ich mein's wirklich ernst Chat hat, Chat hat confirm Restore Restore ein halbes Herz Äh, Basti Ich werde angeschossen von Skeletten Die sollen aufhören Banco, lösch die Skelette bitte für uns Das war ein Bug Ich hab ein Clip Banco, das war ein Skelett Es gibt keine Skelette in Minecraft, Banco Wir können auch mal ein Megaprojekt nach Äh Mhhh Kevin Kevin Ich mein, wir sind jetzt halt bei 11 Minuten schon Mit 20 Hertz Wenn wir jetzt auf 40 Hertz gehen Wollen wir auf 40 Hertz gehen? Komm schon Wir gehen auf 40 Hertz nächste Runde Bitte, bitte, bitte Was passiert? Ich weiß nicht, lass mich im Chat kurz nachgucken Papa Platter hat durch ein Projektil Arrow 2,5 Hertz Schaden bekommen Es hat, Bro, es hat übelst Gelekt anscheinend Ja Ich war schon lang Nein, jetzt Realtalk Ich war schon übel weit weg Ja, Mann, die Challenge ist ja Bro, Realtalk Ja, warum willst du das auch spielen? 30 Hertz, let's go Komm, nee Was? Lass doch 40 Hertz Junge, jetzt auf Aber Hauptsache Ultra Hardcore Ultra Hardcore Ultra Hardcore mit 40 Hertz Wollen wir dich einfach mal so Minecraft durchspielen? Minecraft durchspielen Jetzt mal Realtalk Du bestehst Aus geht los, hallo Hey, niemand hat 3-2-1 gesagt Ja, ist so Banko, Ressort Banko, Banko Banko, hallo Banko Ah, Bruder Okay, das kann bleiben, das war von Kevin 3-2-1 Hey, Leute Hey, Leute Willkommen zu einer neuen Ch-ch-ch-ch-ch-challenge Danke dir für den R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r das war crazy Oh mein Gott, eine 4-Euro-Donation von Philip MrDo Ich war mit Steinen eine menge EXC seriously und damit wird seriös runtergespielt Wir haben in 3 Minuten tatsächlich nur ein halbes Herz verloren Woher neuer Rekord welcher Rekord? Du Basti, anstatt rumzuträumen, wie wär's, wenn du das fucking Game mal ordentlich spielst, Basti? Ja, aber wirklich, Basti. Alter, Minecraft-Expert in Anführungszeichen. Julius, ich lauf Richtung Osten, wo lauft ihr hin? Ich lauf die ganze Zeit grad im Kreis und rede. Ich farme Cobblestone immer noch. Nein! Ich hab einen roten, äh, braunen Pilz. Alles klar, hab den zweiten auch gedroppt bekommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh Gott, hier ist ein Skeletten hinter mir. Oh nein, hier sind ganz viele Skeletten. Ich hab diese anderen Jukes am Start, holy shit. Ich juke die, aber ich hab nicht auf keinen... Leute, habt ihr Spaß? Das ist das Wichtigste für mich jetzt gerade. Oh, das ist so smart. Unterhaltsam muss es sein. Ich werd gestreamt, mich verfolgen 3, 2... Ich hab'n Dorf, ich hab'n Dorf! Bei minus 300, minus 450. Okay. Alja, Kevin, wo kommst du denn her? Oh, wow, what the fuck, what the fuck? Ja, guck mal, das ist mein Leben. Okay, äh, Slapsteen machen, damit hier nicht alles brennen kann. Sagst du und zündet erstmal alles an. Hier kommt ne Spyder, Bro, ne Spyder. Oh, Spinne. Oh mein Gott, oh mein Gott. Soll ich jetzt den nächsten Schritt mal erklären, der jetzt eigentlich dran wär? Hier, wir müssen Holz fangen, ne? Ja, an sich Holz oder eigentlich an sich auch Hiling. Warte, ich hab'n Bett. Was, was, was? Äh, Bro! Ich weiß nicht, das war'n Bug. Banco, zwei Herzen. Einfach anderthalb Herzen verloren, zwei Herzen kriege ich. Ich bin, ich bin im Fimpel der Gerechtigkeit. Oh, ja, zwei Herzen. Oh mein Gott, Basti, dude. Vier Herzen waren's, oder? Ja. Yo! Du Bastard, Alter, geh aus meinem Bett raus. Bro! Du, WDFK, ich brenne! Tja, komm ins Wasser, warte. Banco, Herobrine hat grad Kevin angezogen mit dem Feuerzeug. Du, Herobrine hab ich schon gedacht. Vom Fa... Wenn ich mir ins Bett lege, ist dann der Boden unter mir Lava. Hä? 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 Bruder, Kevin, was machst du? Es hat rumgepackt, Realtalk. Ich guck jetzt mal, Leute, was die da jetzt machen. Realtalk, ich bin sehr gespannt. Sag mal, Kevin, was ist mit dem Dorf eigentlich passiert? Was ist mit dem Dorf passiert? Bro, es ist ein bisschen weniger, aber es sollte noch reichen. Also, Jungs... Na ja, sag was, Basti. Wir waren hier ganz kurz, ähm... Was, bist du hier? Oh, Basti. Bisschen traden, sagen wir so. Bro, hinter dir ist ein bisschen Lava, da würd ich aufpassen. Ich bin hier auf meinem Flap. Ich kann mit einem brownen Mushroom die, äh, die und ne Daisy. Äh, der eine Typ brennt. Also, ich... Hab dir... Pilze. Ja, wenn wir zwei rote Pilze haben, kann ich uns zweimal heilen. Macht ihr Team Healing, dann kümmere ich mich jetzt um Holz und kümmere mich jetzt ums Trading. Ich hab keine Slaps, ich hab nichts, ich brauche Essen. Dann farmt ihr Holz da an den Baum und dann macht dein Equipment langsam. Jetzt ist Kevin alleine Team Heilung. Ja, dann bist du... Mistlich. Egal, werden wir noch leben. Weil an sich ist es ja... Jungs, 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 Jungs! Ich bin in dem Zauberwald. Ja, dann kannst du jetzt Pilze holen und dann... Ja, 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 das geschah. Bist du der Healer? Karl, nein, 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 Karl, Karl, Karl! Hey, Karl! Okay, ich warte, ich warte, ich warte auf dich. Ja, mach das, mach das, mach das. Ich warte im Tümpel, ähm, der Sonne. Okay, ich crafte, ich crafte, Karl. Kannst du dann auch direkt essen? Ja, eine aber nur. Is, is, is. Ja, generell musst du dir merken, also isst immer nur die Dinger. Ja, normal. Okay, wir haben zwei. Okay, iss bitte. Okay, boom. Okay, Pock, I guess. Oh, kurze Frage. Ich frag nur hypothetisch, okay? Rein theoretisch, wenn ein ganzer Wald brennt. Könnten die Pilze auch anfangen zu brennen? Nein. Aber du könntest halt gefährlich eventuell, ne, mit in das Feuer... Nö, nö, das passt nicht. Äh, das passiert nicht. Äh, äh, Bruder! Uh, uh! Ich sag mal so, solange du mehr Herzen heilst, als du verlierst, ist alles gut. Ah! Das war wohl nicht der Fall. Äh, äh, äh! Jokuri Challenge! Kevin! Das war unser bester Try! 26 Minuten und 34 Sekunden an Team Kaka und Basti! Oh nein! Team Kaka und Basti! Let's go! Ihr fangt auch beide mit K an, deswegen hab ich das eigentlich gesagt. Team Kaka, Kaka! Moin.